Wir haben den Alarm ausgelöst. Ich muss die Selektion leider beendet. Scheiße! Wie wär's denn, wenn man die nicht ausknipsen und einfach umgehen? Scharfschützen? Ja, abgesehen von den Scharfschützen. Ja, den hat er ja wahrscheinlich nicht entdeckt. Ich hab ja bloß die Zwerge ungeniedelt. Jetzt quatschen die wieder englisch. Komm, fahr weg. Ich markier die mal. Schon mal. Sie ist neutralisiert. Da knipsch die alle raus, ne? So, jetzt schlafen sie auch. Ja, die stehen da wieder auf. Die sind ja nie betäubt. Ja, Schulter hat einer innen. Ja, die sind ja nur betäubt. Egal, aber trotzdem. Ja, da wird noch irgendwo einer sein. Hilft doch das nicht. Da ist auch noch einer. Ach, Scheiße. Oh, wie viel da jetzt kommen, Alter. Bin in dem Haus drin, also mir kann nichts passieren. Ja. Oh, oh. Ich hab Angst. Alter, ich weiß wie knapp das ist. Schlafen, schlafen weiter. Ich hab Strom gemacht und du... Oh, hier ist einer bei mir. So. Da kommt noch einer. Da. Da. Da kommt noch mehr. Ist schwer verlässt, aber er hat mit. Drei Stück. Left. Warte, lass die mal ankommen. Wenn sie überhaupt kommen. Left. Okay. Jemand hat ihn umgehauen. Left. Und der auch. Ja, halt, den meinte ich doch. Den hab ich gerade schlafen gelegt. Du hast noch Elektroschocker hinterher. Ja. Ja. Achso, das hab ich nicht gesehen. Du hast ihn doch mal, du hast ihn doch mal sozusagen aufgeweckt. Du doch mal. Ja, aber jetzt haben wir nichts mehr. Jetzt haben wir alle umgehauen. Oh, Manu. Oh, Manu. Hier ist ein Dartpaket. Irgendwo. Hier. Was hast du gefunden, Fan? Da. Daten aus einem toten Briefkasten. Ich bringe sie mit. Wieso? Cool, die tanzen hier. Du tanzt hier. Jetzt nicht mehr. Ja, das ist so schön billig Fernseher. Musst du dir nur noch die Fernseher kaputt machen. Ja, und auf Röhrenfernseher, ne? Dann los. Oh, Scheiße. Sicherheitsvorkehrungen sind hoch. Wenn ihr den Strom im Unterberg ausschaltet, bietet euch die Dunkelheit begrenzt Schutz. Ja. Aber nur bis die Notstromgeneratoren anspringen. Gut. Jetzt habt ihr ein sehr enges Zeitfenster für die Überquerung. Toll, das wird ja immer besser und besser. Hast du ihn? Ne. Lass ihn mal aus dir. Aber er hat mich gesehen. Lass ihn? Du da bist. Bleib in die Evakuierung ein. Jetzt den nur rankommen brauchen. Habe ich Dreiecke drückt und dann... Er hat mich gesehen. Ich habe jetzt versucht, noch irgendwie den... 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 zu schrauben. Also markieren, warten bis er kommt. Dreieck. Wir brauchen ja immer nur zwei Killen. Dann haben wir ja automatisch dieses... automatisch zielen gedöns. Ja, was heißt killen? Also... umhauen halt. Du hast schon markiert. Sind da hinten noch nicht. Komm ich aber nicht ran. Ja. Ach der... Da ist noch einer, der die Sicht stört. Ach! Einer mit Helden. Hier ist einer bei mir. Direkt bei mir von der Nase. Hör. Ja, das ist doch... Wie der Schocker und Dings. Wo ist denn der andere? Hast du ihn schon umgehauen? Ne, der ist ja da hinten drin. Ne, den mit Helden meine ich nicht. Das ist eine Kamera. Kannst... Ach ne, warte mal hier. Schleid die Kamera aus. Hier, kann er. Ach, da ist noch einer. Das ist... Warte, warte, geh jetzt nicht da rein. Hier ist einer, hier ist einer, hier ist einer. Ah. Weg. Ja, Kamera. Ich hab doch gesagt, schalte die Kamera auf. Ich seh doch die nicht. Du siehst doch den Lichtkegel. Hä, den Lichtkegel? Ja, den Lichtkegel, den siehst du doch. Nee, ich hab keinen Lichtkegel gesehen. Äh, doch. Zeig ich dir gleich. Wirst du sehen, dass du den siehst. Mh, also so blind kann jetzt keiner sein. Jetzt mal ohne Mist, Alter. Ach, den Lichtkegel. Okay, den hab ich jetzt, den hab ich nicht gesehen. Du holst du den jetzt und lass ich mir den holen. Ja, mach nur. So, erstmal den hier mit Helm hier, der blöde Arzt. Der schläft ne Runde. So, wie machen wir jetzt die Cam weg? Kannst du ausschießen. Schießen wir aus. Ja, warte, lass mich gucken, wo die kommt. Und wo kommt denn die? Kommen die bei dir? Warte mal. Pass rein, ich hab den weg. Hier unten ist aber noch einer, ne? Pass auf. Ich seh den nicht, ich glaub ich weiß nicht, wo's herkommt. Warte, ich seh's von hier aus. Kaputt. Genau. Den fetten müssen wir wegkriegen, Alter. Grim, wir sind beim Unterwerk. Bestätig. Ihr werdet die Schalter gemeinsam umlegen müssen. Teilen wir uns noch, um sie auszuschalten. Klingt gut. Ich hab hier nen Schalter. Ich schau schon wieder hier irgendwo ne Kamera an. Ach, genau vor mir. Cool. Das ist mir zu viel Licht hier. Kannst du auch nicht ausschalten, weil das scheiß Flutlicht ist. Da wird so eine Hektar Dicke. Ich weiß nicht, wie wir den wegkriegen. Na, lass mich mal gucken. Wie oben steht denn der? Da guckt genau zum Fenster. Tö. Ach, was weiß das ist? Weißt du, was denn jetzt? Blendgranate. Hä? Nein. Happen, 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 happen. Ah, hast du schon die Blendgranate vorsehen? Die Regenbogen. Was, was wolltest du denn eben sagen? Von wegen, was das ist. Der hat, der hat, der hat die Drohnen. War so ein Drohnenführer. Anführer, der Drohnen. Okay, zwei Schalter. Pass auf. Wo gehst du denn hin? Gehst du zu A oder zu B? Okay, du gehst zu B. Okay. Sag das doch. Läuft das noch irgendwo eine Kamera, oder? Nee, noch nicht. Äh, nee. Okay. Oh, hast du jetzt was? Ja, Telefon. Ey, Alter, die Zeit. Kinozeit, jetzt. Ey, was? Sag doch mal, sorry.